So, 3, 2, 1, willkommen zurück zu Metal Gear Survive. Ich habe meinen Urlaub beendet. Das müsste jetzt die dritte Folge nach dem Urlaub sein. Man hatte dann gleich mal begonnen, die Basislagergrabung Nummer 4 zu machen. Dann kamen so einige Springer an und da ich jetzt wieder einen Cooldown bis zur nächsten Welle habe von knapp 22 Stunden bzw. jetzt werden es wohl nur noch 21 Stunden sein, bin ich erst mal wieder auf der Suche nach Material. So, hätten wir das dann? Wobei, ich könnte mal hier oben hin. Vielleicht sind da zufällig Vögel. Ich muss auch noch irgendwie einen Vogel erjagen. Oh, Lauf, Lauf. Also, dass meine Ausdauer im Moment so schnell wie da unten ist, muss ja irgendein Fehler sein. Und drüben sollte irgendwo ein Weg sein. Und damit laufen wir halt langsam. Uiuiui. So. Komm. Hölze zu mir. Zack. Dann mal hier hoch. So. Das schaut nach Schafen aus. Aber keine Vogel, oder? Oh, ich habe was quietschen gehört. Was ist ein Vogel? Das sind doch eindeutig Vögel. Das sind doch eindeutig Vögel. Bei-Phase. Habe ich die mit nem Vogel verwechselt? Ich höre doch Vögel. Ich höre doch Vögel. Das könnte doch nicht alles komische Pfeifhasen sein. Ich höre. Ich höre. Was ist denn dein Geist? Ich höre. Das sind Vögel. Nach oben schauen, nach oben schauen. Okay, das wird nichts mit Vögel. Schauen wir mal, ob wir den Container noch schnell finden. 200 Meter. Komm, komm, lauf. Ah, Gott. Dumme Assi-Zombies. Spring. Spring. Mist, Mist, Mist. Okay, wo ist der beschissen? Du kannst dich mit Oxygen von deinem Eidroir. Ah, scheiße. Wo ist dieser beschissene Container? Ja. Ja. Okay. Ja. 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 Und jetzt weg. Ja. Ja. Ja, jetzt zum Teleporter. Also mau mal ganz kurz nach Hause gehen. Denn unser Sauerstoff ist echt mies hier. Ach, Kollege, komm. Ich werde auch mal auf und schießen hier. Ich bin gar nicht in deine Richtung unterwegs. Ach, ja. Komm. Die paar Meter schaffst du auch noch. Das ist hier über die Brücke hoch. 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 Renn, renn, renn. 7% Sauerstoff. Schön. Ab. Okay. Äh, nächste Welle von der Basislagergrabung kann ich wohl in 21 Stunden und 21 Minuten machen. Okay, dauert, äh, dann doch ein bisschen länger noch. Ähm, jetzt. Kurz, hier. Seh ich nichts hier? Nö. Kein Interesse. Kurz schauen. Aufenthalt, blei, muss ich noch. Oh, Wölfe. Herstellen. Äh, 9x19 Standard Munition. Okay. 9x19 Standard. Wohnen, das krieg ich doch auch hin. Herstellen. Äh, 9x19 Standard Munition. 1, 2, 3, 4. Ins Lagerhaus. Ähm, noch irgendeine leichte Aufgabe. Ach ja, genau. Wölf, Wölf und Blei. Okay. Äh, wo war das? Ähm, auch da ist ein Container. Seltenes Tier. Ich geh mal hier hin. Es könnte eventuell ein Vogel sein. Lauf, lauf, lauf. Es regnet so schön. Die Dinger könnten wir auch zerstören. Noch ein bisschen Kuba an Energie sammeln. Aber. Egal. Ich muss kurz schauen. Sitzt der Vogel zufällig rum oder fliegt er wieder? Kreuz und quer. Da drüben fliegt er auch. Oh Gott. Der hat sich gesetzt. Der hat sich gesetzt. Ich hab's genau gesehen. Frag mich immer noch, wie ich hier hochkomme. Hinter oben ist ein Container. Hinter oben ist ein Container. Naja gut. Naja gut. Ich komm mich hier hoch. Es geht einfach nicht. Scheiße. Ähm. Pa, pa, pa. Kuba Energie. Container. 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 Ich hab's mal da hin. Ich hab's mal da hin. Wölfe. Ich hab's mal da hin. Wölfe. Ich hab's doch immer zu. Auch wenn ich vorbeilaufe. Abschluss. Jeder Wolf. Jeder Vogel. Und ich hab's mal. Ich hab's mal da hin. Ich hab's mal da hin. Ja. Dann trinken wir mal noch einen Schluck Wasser. Und noch einen Schluck. Wildesel und Rennmaus. Ah, Container da drüben. Das muss schnell gehen. Schwupps, da ist schon der Container. Da oben leuchtet ein anderer Container noch. Ach komm. Machen wir ein bisschen Krawall, machen wir mal ob die aufstehenden. Okay, da sind doch ein paar mehr gekommen als erwartet. Oh, oh, oh. Da drüben leuchtet es noch. Ganz kurz mal hier hoch. Ah Gott. Sind wir wieder außer Booster? Okay, der geht schneller kaputt. Kleidungsbehälter. Ah, haben wir das. Container. Ach komm. Ab in der Basis und mal unsere ganzen Behälter öffnen. Mal schauen, was wir da noch so schönes bekommen. Wolf kann ich dann andermal machen. Oh, hier leuchtet sogar auch ein Container noch. Was ist da los denn? Flasche, Eisen, Blei wäre noch ganz cool. Ah ja. Zack, 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 zack. Oh. Oh, hier länger Flaschen. Brauche ich eigentlich nicht. Was soll's? Tischgeschirr. Noch irgendwas interessantes hier. Eine gute Säcke. Nö. Komm. Ab nach Hause. Container. Äh. Behälter öffnen. Ah so. Alle öffnen. Lappen, Draht, Blödsinn, Blödsinn, Holz, Chemikalien, Edelstahl, Batterie. Ähm. Ja. So weiter. Glasfaser, Alkohol, Plastik, Batterie, Batterie, Elektronik, Schaltkreuz, Weizenmehl, Adamidfaser. Stickstoff. Ähm. Sensoren werden ganz cool. Sensoreneinheit. Einmal. Volleinheit. Flammenschläger. Für. Gut. Dann. Können wir noch ein wenig reparieren? Nö. Dann. Äh. Essen wir noch. Ein Lango-Igel. Ah. Den Rest kann ich noch zubereiten, was ich vorhin gesammelt hatte. zwei Phasen. So. Und das war's aber dann. Ja. Dann beende ich hier mal die Folge. Ich sage tschüss und ciao bis zum nächsten Mal bei Metal Gear Survive. Tschüss. Bye-bye. 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 Untertitelung des ZDF, 2020